was ist eigentlich eine in memory datenbank viele kennen halt eben auch die familie oder den familiennamen sozusagen der no sql datenbanken und ich habe mir jetzt heute mal redis für euch rausgepickt was ich euch gerne zeigen will und möchte euch ganz gerne überhaupt erklären wofür ist das da wer benutzt das und warum auch viel schlimmer noch warum du eigentlich schon jeden tag mit deinem smartphone in einer no sql oder in memory datenbank unterwegs bist erstmal grundsätzlich wofür brauche ich das ganze überhaupt ich brauche das natürlich für mein ipv 64 projekt da läuft im hintergrund ja schon wieder zwei drei andere sachen wo dann doch ein bisschen mehr daten zusammenfließen und dafür brauche ich halt ebenso eine in memory datenbank ich habe es gerade schon gesagt wofür ist das ganze da für viele daten und der name sagt halt eben auch schon in memory das heißt die daten werden nicht auf der festplatte gespeichert sondern halt eben in deinem flüchtigen ddr speicher bzw in deinem memory muss ja nicht ddr speicher sein aber in deinem memory gespeichert auf dem server und ist dann dort erstmal auch flüchtig das heißt kommen daten in die datenbank rein geht die datenbank aus stürzt die datenbank ab als beispiel nur dann sind die daten halt eben auch erstmal weg weil sie nicht auf der festplatte gespeichert sind jetzt habe ich ja gerade schon gesagt du benutzt das sowieso schon mit deinem handy und so weiter ich kann dir sagen jegliche social balls facebook instagram tik tok war sind nicht alles gibt alles was social social balls twitter und so weiter alles das was du präsentiert bekommst kommt niemals in erster linie direkt aus irgendwelchen datenbanken die halt eben auf speichereinheiten wie nvmi ssds hdds oder sonst was liegen sondern deine social wall die wissen sowieso schon was du sehen willst dass es alles immer vorgelagert in einem schönen cash und in einer cash datenbank wie eine in memory datenbank von den anwendungsfällen her gibt es ziemlich ziemlich viel ich habe auf meiner webseite auch noch mal so zwei drei worte dazu geschrieben da sieht man halt wie ich gerade schon sagte caching echtzeit anwendungen gerade aber auch so warteschlangenmanagement und chats zum beispiel auch relativ viel das halt eben gerade dieses ganze chatting thema bei großen unternehmen halt eben wirklich in solchen datenbanken abgelegt werden und erst dann wenn es vielleicht irgendwie nötig ist werden die sachen halt eben in den hintergrund erst geschoben und dann natürlich erst richtig zwischengespeichert und ich glaube ganz klar wir brauchen nicht zu erwähnen das ist eine der wichtigsten sachen hier geschwindigkeit alles direkt rein direkt in den rahmen ohne umwege direkt halt eben da rein das ist natürlich das aller allerwichtigste aber ganz los wir fangen jetzt an ich zeige euch jetzt wie so eine datenbank läuft wir werden uns jetzt als allererstes hier einen schönen docker container bauen ich bin hier auf meinem portena drauf gehen in die stacks ich sage ja einfach mal ad stack wir sagen hier redis und ich habe es mir natürlich vorbereitet ich bin ja ein fauler sack das ist einfach die konfiguration schnell durchgegangen redis letzte version der container heißt my redis default port 6379 hätten wir quasi auch weglassen können wir legen jetzt trotzdem einen volume an weil ich gleich dazu noch zwei worte habe restart always wir sagen ein memory limit von 256 damit wir das ganze auch nicht crashen sozusagen und wir sagen hier unten einfach die pleuse stick das ganze geht rasend schnell weil es startet ja quasi eigentlich nur ein container da muss nichts angelegt werden der container läuft ja im ram beziehungsweise die applikation läuft irgendwo im ram und die daten werden im ram abgelegt das heißt schnell ins lok reingeschaut da seht ihr auch da ist alles alles im ram und der hat die ganz einfach gestartet kein problem wir gehen jetzt aber hin und rufen direkt und als allererstes dieses schöne fenster hier auf damit wir auch wirklich ein paar statistiken sehen wenn wir jetzt da daten rein werfen kommen wir zu unseren ersten daten und die ersten daten sind relativ einfach man verbindet sich hier ich sehe jetzt gerade ich habe die daten man gerade einfach noch mal extra geflasht man verbindet sich einfach mit dem command redis cli das könnt ihr euch installieren über die redis dash tools da kann man sich damit einfach verbinden und kann halt eben auch die datenbank zugreifen jetzt habe ich eben schon mal gesagt diese datenbank ist eine key value datenbank das heißt wir haben nichts anderes als einen selbst frei definierten key also wieso wie eine datenbank halt eben ist und halt eben ein value das heißt wenn wir es immer setzen wollen ist das einfach wir nennen das einfach z dann unseren key nehmen wir es einfach mal jetzt name und dann dahinter einfach denn es so enter und damit haben wir jetzt den key name und die value denn ist ganz einfach in der datenbank gesetzt so wie wir es haben wollen ihr könnt natürlich anfangen mit hashes und ids und so das könnt ihr alles machen das ist erst mal der einfachste weg das zu erklären wenn ich jetzt einfach hier sagt get name bekomme ich halt eben den namen denn es ganz normal zurück über den name so lässt sich das ganze natürlich ins unendliche aufpusten ich kann zum beispiel auch sagen name dennis dennis 2 dennis dennis 3 und so weit ach nee das geht hier sogar gar nicht dann muss man eine liste erstellen man kann auf jeden fall auch mehrere hintereinander ganz normaler reinpumpen aber viel spannender wird das ganze thema wenn wir mit so einem ja mit so einem key value einfach mal sagen auch wir lassen das ganze mal expieren denn wir arbeiten ja in einer memory datenbank das heißt wir sagen einfach mal set nennen nochmal name sagen jetzt hier einfach mal dennis 2 und dann gibt es ja hinten einfach nur ex für expier und da sagen wir jetzt mal expier 10 bevor jetzt enter drücke nach zehn sekunden sollte jetzt gleich auch dieser ja dieses dieses key value paar namens name dennis 2 wird dann aus meiner memory datenbank wieder entfernt werden weil wir gesagt haben expier 10 testen wir jetzt sagen wir hier get name jetzt sollte immer noch alles kommen und wir warten jetzt gnadenlos diese zehn sekunden ab wir sind so wahrscheinlich bei 567 ich drücke mal weiter noch ist es immer noch da und schon ist es weg also ihr seht man kann diese in memory datenbank auch natürlich mit gewissen intelligenzen belegen und das geht natürlich auch indem man es gibt sogar etwas mit increment hier drin da sieht da increment key wenn ich jetzt hier sage mal gucken set id 1 ich sage jetzt hier increment id integer 2 get id und wir haben die zwei also in gewissen gewisse intelligenzen bietet so eine redis datenbank auch und wenn man das gibt nicht viele es gibt nur so 34 da gehen wir jetzt nicht drauf ein so 34 kann man halt sogar gewisse intelligenzen und mathematik aufgaben sogar mit so einer redis datenbank abarbeiten ganz wichtig jetzt noch mal für euch um das verständnis noch mal zu kriegen hinsichtlich von wegen handy und was wird alles gespeichert bevor wir jetzt gleich erstmal so ein paar richtig daten da rein zimmern zu große unternehmen instagram und co die nutzen das auch aber jetzt seht ihr hier immer nur dieses key value based aber keine sorge die legen natürlich trotz alledem daten halt eben extrem groß und fetter rein und das können die daten machen auch zum beispiel jetzt ich sage jetzt einfach mal set user doppelpunkt 1 der erste benutzer auf facebook ich natürlich oder was ich wo keine ahnung spielt keine rolle und ich sage jetzt einfach mal picture doppelpunkt 55 ist jetzt erstmal nur irgendwie eine id die wir jetzt einfach mal selber generiert haben also user 1 picture 55 und dieses bild wird jetzt hochgeladen wenn ihr hier in instagram video oder sonst wo was hochladet gerade besonders ein bild wird dieses bild erstmal irgendwo ins caching aufgenommen bevor es halt eben weggespeichert wird und genau das kann man hier natürlich auch tun hier wäre natürlich nicht dateien hochgeladen sondern man kann ja zum beispiel ein bild auch einfach als text darstellen also würde jetzt zum beispiel einem text wird er halt eben irgendeinen kauderwelt stehen halt ewig ewig lang denn zum beispiel so eine redes datenbank kann pro key value pair kann es sogar halt eben bis zu 512 megabyte annehmen in ein so einem key value pärchen heißt aber auch nicht nur solche daten könnte abgelegt werden sondern halt eben auch viel mehr immer mal wieder solche sachen wie wie so ein jason string ne ob wir hier irgendeine ip adresse hinterlegt haben derjenige hat sich gerade irgendwie eingeloggt oder sonst was drücken wir einfach mal auf enter und schon haben wir dieses key value pärchen halt eben hinterlegt haben den riesengroßen data string und das alles ganz normal in unserer in memory datenbank rufen was wenigstens einmal ab ich will es jetzt auch gesehen haben user 1 picture 55 ist ja uns zuzuordnen und schon kriegen wir halt eben diesen ganzen jason springen natürlich jetzt ewig lang ist halt eben ganz normal wieder raus und wir können ganz normal schnell zügig mit diesen daten ganz normal weiter arbeiten jetzt seht ihr ja schon im hintergrund habe ich ja die daten man die ganze zeit laufen lassen ihr seht jetzt hier so zehn megabyte aber wir wollen jetzt mal so ein bisschen etwas sehen denn ich habe einfach mal im hintergrund ein kleines skript hier vorbereitet das ist hier mein redis underscore one skript da steht jetzt nichts anderes drin als erstelle mir einfach mal 100.000 einträge für alles eine millionen einträge eine millionen einträge für den user alles da ist auch dasselbe beispiel etwa wie es jetzt gerade gemacht habe erstellen wir einfach die mal und punkt die einfach in die daten man ganz wichtig dabei das habe ich nämlich vorher gesagt kaputt langsam ist aber auch klar das hier ist jetzt schnell weil ich generiere in dieser vorschleife hier meinen ganzen datenbestand generiert 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 einmal in der vorschleife sollte relativ zügig gehen auf diesem raspberry pi nicht ganz so schnell und danach gehe ich hin und pay und execute die ganz normal diese pipe einfach in die daten man kann das heißt ich schiebe mit einem großen batzen beim einmal den datenbestand in die datenbank und das werden wir jetzt gleich auch hier im hintergrund ganz einfach in unserem memory usage und unserem network usage sehen wenn wir diese daten da einmal rüber pumpen das heißt wir gehen jetzt hier einfach hin und sagen python redis underscore eins und daten werden generiert daten werden einfach in die datenbank gepumpt guck mal was im hinteren passiert ist hier unten erstmal das ist die network usage da seht ihr wirklich dass hier einmal der netzwerk traffic kurz hochgegangen ist halt eben einmal alles rüber geschoben hat auch da wieder compression kompaktion die duplication alles an deswegen nicht verwundern von dem datenbestand her und hier oben auch sehen wir es sind in etwa wenn ich jetzt hier von 10 bis 30 rechne wir sind in etwa so 20 megabyte jetzt in der datenbank gelandet auch da wieder nicht wundern das wird alles immer mal wieder zurückgerechnet deduplizieren das heißt die datenbanken sind natürlich intelligent eine erwähnung gibt es auf jeden fall trotz doch ich habe eben noch gesagt gehabt die datenbank ist flüchtig und ist halt eine memory datenbank starten wir sie neu ist es weg ja das ist auch richtig so aber in der regel haben halt diese ganzen datenbanken mittlerweile sogar standard gemäß die option default aktiv das gesnapshottet wird wir machen das ganze jetzt auch mal indem ich zeige dass der die datenbank sofort in memory wieder füllt weil er leider gottes in der default konfig trotzdem die daten mit dem snapshot immer wieder snapshot das sehen wir jetzt auch hier im hinteren sehen wir hier db loaded db saved on disk letzter befehl oder drittletzte zeile db saved on disk das macht die datenbank heutzutage standard ich habe mal so ein bisschen rum geguckt alle datenbanken machen das heutzutage schon in der default konfig das dies trotzdem auf disk speichern bei uns macht das natürlich weil wir ein volume hinzugefügt haben wie können wir das ganze kontrollieren wir starten den container jetzt einfach mal neu ist ja eigentlich eine in memory datenbank wir sagen jetzt hier einfach mal zack sagen ja sogar einfach mal recreate recreate und ach so jetzt macht er natürlich das ganze nicht wir müssen den stack einmal updaten bei dem stack sagen wir einfach einmal start und damit die kiste wieder neu gestartet der container wir gucken da jetzt wieder rein my redis die datenbank wird wieder gestartet und wenn wir jetzt ganz normal wieder in die statistiken für diesen container reinschauen dann werden wir eigentlich zumindest erwartend da haben wir schon fängt die jetzt auf einmal nicht nur bei 10 mb wieder an sondern direkt bei 25 mb wo wir gerade waren fängt er halt eben wieder an wenn er jetzt den snapshot richtig gemacht haben sollte sollten wir sogar wieder sehen dass dieser datenbestand von gerade eben immer noch da ist da ist er denn er speichert halt eben einfach sofort wieder auf der festplatte aber ist ja auch in ordnung wir wollen dass unser datenbestand nicht unbedingt weg ist wenn die datenbank mal irgendwie weg kracht oder wie auch immer was aber ganz wichtig ist zu verstehen dass dieses ganze thema eine in memory datenbank ist er liest es nicht von der festplatte sondern er liest es halt eben aus dem ram naja ich hoffe ich konnte euch dieses thema in memory datenbank einfach mal so ein bisschen näher bringen denn es ist einfach wirklich in den spannenden sparten sehr spannendes thema und dann dazu auch noch eine no sql datenbank das heißt also keine sql befehle sondern einfach nur reine key value datenbanken super super coole sache um einfach wirklich daten abzulegen wenn euch das video gefallen hat würde ich mich freuen wenn ihr daumen hoch da lasst und natürlich ein abonnement ansonsten sehen wir uns im nächsten video haut rein macht's gut ciao